Guten Tag, Detektiv. Schön, dass Sie kommen konnten. Ein gewisser Mark Bryan hat vor wenigen Stunden hier vier Leute umgebracht. Dann statten Sie diesen McBride doch einen Besucher. Die Polizei hat mich nie gefunden. Daher baute ich mir eine kleine, unauffällige Hütte im Wald. Spione haben den Standort von Mark Bryan ausgemacht. Er befindet sich im Wald. Dort ist es. Wir haben ihn gefunden. Weg hier! Hallo, Mark Bryan. Ich brauche dich. In unserem Universum ist ein Eroberer namens Kang gekommen. Er will unser Universum einnehmen. Irgendjemand gab mir ein Tempest. Ein Gerät, mit dem ich durch Raum und Zeit reisen kann. Gib mir die Fernbedienung. Ich bin hier, um den Zeitstrahl unter Kontrolle zu bringen. Ah, da ist er ja. Wo bin ich? Willkommen in unseren Gedanken. Der will beide und noch hunderte andere Mark Brines eine Person sind. Der Zeitstrahl. Der bestimmt, wie alles laufen sollte. Ist außer Kontrolle geraten. Aber dazu brauche ich deine Hilfe, Mark Bryan. Kang ist nicht der, der vorgibt zu sein. Er will nur, dass alle Universen zu seinem Universum gehören. Und der somit die alleinige Macht über das gesamte Universum hat. Zeigen wir es, Kang. Aber zuvor sollten wir uns noch Hilfe holen. Das sind alle Mark Bryan Varianten. Macht euch auf euer Ende bereit. Es macht keinen Sinn, weiter zu kämpfen. Ihr habt keine Chance. Hallo Mark Bryan. Hallo Kang. Was zur Hölle? Dr. Strange? Ich habe ein wenig Hilfe mitgebracht. Hallo Mark Bryan. Hallo Mark. Zeit, deine Herrschaft ein für allemal zu beenden. Wir sehen uns wieder. Wir haben es geschafft. Ich hätte das niemals gedacht. Aber es gibt etwas, was du noch nicht weißt. Ich. Was? Was? Nein, 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 nein. Stell dich für das, was du Fly angetan hast. Ruf deinen Notarzt. Es hat keinen Zweck mehr. Nein. Sag so etwas nicht. Bleib bei mir. Bitte. Bleib bei mir. Mark Bryan. Mark Bryan. Nein. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich hätte nicht gedacht, dass das so zu Ende gehen würde. Wir waren am Ziel. Doch Line, Line hat alles umgedreht. Alles, was ich mit ihm durchgestanden habe, weg. Einfach weg. Er hat uns damals im Kampf gegen den Multiverse Devil geholfen. Und auch jetzt im Kampf gegen Khan. Ich kann nicht fassen, dass er weg ist. Er war ein Freund. Ein sehr guter Freund. Line wird dafür noch bösen. Noch sehr weit. Hallo, sind Sie Mark Bryan? Der bin ich. Mark Bryan war ein guter Freund von mir. Bevor er losging, sagte er mir, dass ich dir diesen Brief geben sollte. Ein Brief? Hallo Mark Bryan. Wenn du das hier liest, bin ich eventuell schon tot. Ich schreibe dir diesen Brief vor dem Kampf gegen Khan. Egal, ob ich in diesem Kampf sterbe oder anders. Nun ist es vorbei. Ich hatte in einer Version gesehen, dass ich sterben würde. Und komme morgen nun in dein Universum. Um noch ein letztes Mal mit dir an Seite an Seite zu kämpfen. Ich hoffe, es ist uns gelungen, Khan zu besiegen. Wenn nicht, würdest du diesen Brief hier gar nicht lesen. Ich will dich noch ermutigen, dass du nicht aufgeben sollst. Das haben wir geschafft. Zu zweit. Als Incredible Du. Frohe Weihnachten, Mark Bryan. Ich hoffe, du hast noch ein schönes Leben. Dein Mark Bryan. Hallo, Lion. Hallo. Hallo. Wie ich sehe, hast du Mark Bryan geschnappt. Sieh nur, wen ich dir mitgebracht habe. Dir wird das Kopfgeld gleich ausgezahlt. Vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Du hast mich. Ich gebe auf. Eigentlich dachte ich schon, dass wir dich mit dem Tod von deiner Variante Mark Bryan schon genug gezahlt hätten lassen. Dass ich ihn getötet habe, war eine gute Idee. Die Strafe war genug. Aber dich persönlich hier zu haben, ist noch besser. Du weißt es doch am besten. Fly und seine Gruppe wollten dich umbringen. Dass du nur aus Notwehr garnelt hast, weiß die Polizei nicht. Dafür hat unser Kontaktpolizist Thomas gesorgt. Er manipuliert seine Kollegen bei der Polizei, um die Animes nicht auffliegen zu lassen. Lion, du bist schlau, aber hast nicht erkannt, dass wir dein Gespräch aufgenommen haben. Ich denke, die Polizei ist an dem hier interessiert. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Was machst du hier? Du denkst, das geht so leicht? Thomas, dein Job, das war's noch nicht. Das war's, Jessica. Alles ist gut. Ich habe in der letzten Zeit schon schlimmer gewesen. Denkst du ehrlich? Die Polizei glaubt eher mir als eine Mörder. Die Polizei ist schon auf dem Weg. Damit lasse ich dich nicht davon kommen. Nimm das. Nimm das. Nein, Sie sind hiermit verhaftet. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Vielen Dank. Sie haben ein Recht auf einen Anwalt. Ihr werdet noch von mir hören. Marc, alles in Ordnung. Ich? Ja, alles in Ordnung. Meine Tochter hat es nicht verdient, das alles wegen mir durchgestanden zu haben. Dafür wird sie dieses Jahr ein besonderes Geschenk bekommen. Endlich Heiligabend. Und wieder einmal mit der Familie vereint. Genau wie mit Lord Business, Akron, Dr. Strange und der Detective. Und dann kam plötzlich dieser Kang in unserem Universum. An diesem Punkt ist unsere Geschichte vorbei. Das Incredible Duo existiert nicht mehr. Ich kann nun endlich in Frieden mit meiner Familie leben. Frohe Weihnachten. Ich freue mich sehr, mit euch zu feiern. Es wäre schöner, wenn ich diesen Abend noch mit meiner McBride-Variante erleben könnte. Doch leid ist das nicht möglich. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Danke, dass ich hier sein darf. Hier, Jessica. Dieses Jahr bekommst du etwas ganz Besonderes von mir. Du wirst es verstehen, wenn du älter geworden bist. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachten und ein weiteres Jahr. Hoffentlich ohne Verbrechen. Frohe Weihnachten an alle Helden, die uns auf dieser Reise begleitet haben. Ihnen habe ich diesen Moment zu verdanken. Frohe Weihnachten an meine McBride-Varianten. Und selbst sogar den Multiverse Devil. Hier ist ein Geschenk für dich. Wow, danke. Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Das war die Geschichte von Incredible Duo. Ja, ich wünsche euch mit mir. Was? Das darf nicht sein. Doch es gibt noch so viele andere Geschichten, die noch nicht erzählt wurden. Wir wünschen euch ein Merry Christmas. Wir wünschen euch ein Merry Christmas. Und ein Happy New Year. Wir wünschen euch ein Merry Christmas. Wir wünschen euch ein Merry Christmas. Und ein Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Weil wir beide und noch hunderte andere Mark Brines eine Person sind. Das heißt, dass es noch weitere Mark Brines aus unterschiedlichen Universen gibt. Der Zeitstrahl ist außer Kontrolle. Was ist passiert? Nein! Nein! Ich kenne sie. Wo ist es? Es ist mir sehr wichtig. Wir haben uns in ein anderes Universum geschickt und zur Adoption freigegeben. Meine Frau und ich nannten ihn Mark Brian. Da wären wir. Mark Brian. Ich kenne sie bei mir. Ich kenne sie von einem Mal mit! Ich kenne sie bei uns. Untertitelung des ZDF, 2020